Moin, moin, okay, ich habe nachgeguckt, das dritte Kraftfeld ist hinter, das konnte ich gar nicht wissen, also hätte ich lange suchen können, hinter dem Hof unten hier, hinter dem Hof, da wo wir noch nicht weiter kamen, da müssen wir eh nochmal hin, also so gesehen, können wir das später machen, vielleicht gibt es da irgendwas cooles, vielleicht auch nicht, ich habe nicht nachgeguckt, was es da gibt, ich habe nur nachgeguckt, wo es ist, und ja, dann gehe ich weiter. Währenddessen lade ich hier total lustig im Hintergrund Risen, eine Risen-Folge hoch, mal gucken, ich hoffe, das schafft mein Computer, dann wollen wir mal gucken. Ich bin bereit, öffnen wir das Portal. Folge mir. Bin ich wirklich bereit? Oder sollte ich jetzt mit dem Typen sprechen? Der Moment ist gekommen. Weil ich konnte nirgends, äh, Informationen sammeln. Ich glaube, ich sollte Eldrex sagen, was da drin ist. Okay. Ah, stinkt was. Der bin ich umgebracht. Das ist die einzige Sprache, die die Fliecher verstehen. Die Bieste müssen sterben. Alle. Nein, der ist tot. Oh. Oh, einer ist tot. Das war nicht so gut für den Computer jetzt. Oh, hat keiner einen Helm. Verfluchte Echsenbrot. Wir werden jeden Einzelnen von Ihnen töten. Was zum Gürger ist das für ein Ort? Verfluchte Echsenbrot. Wir werden jeden Einzelnen von Ihnen töten. Ich weiß nicht, hätte ich jetzt mit ihm sprechen sollen, eher? Was kannst du... Nein, nein, schon gut. Danke. Oh, ich kann den jetzt so stehen. Ein Echsenmensch. Was? Oh, sag mal, bist du völlig bescheuert? Als ob es nicht schon gruselig genug hier wäre. Ah, Richtstab. Oder... Lieber das sichere Geld. Wir folgen dem Inquisitor. Mitten im Herz des Feindes. Los, bewegt dich! Steh hier nicht rum! Oh, okay. Aufpassen. Wir müssen aufpassen. Okay, mir tut es jetzt leid um den einen. Keiner sonst am Trauern oder so? Irgendwie, weiß nicht. Ist das eine Schweigeminute, die er macht? Für ihn? Ich meine... Ich meine nur. War das Vince? Nein, du bist Vince. Sie sehen beide gleich aus. Ich meine, ist das nicht irgendwie ein bisschen... ein bisschen... ne? Unheimlich? Ja, okay. Was war das? Der Feind? Endlich kennen wir sein Gesicht. Ich kenne ihn schon längst. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. What? Schon das dritte Kapitel. Ich hoffe, ich sollte nicht mit Eldrick sprechen oder so. Ich muss noch was erledigen. Wir haben keine Zeit. Wir gehen. Wir sehen uns da unten. Mir nach! Was? Nein! Ich will mit! Aber ich bin fast tot. Ihr nehmt mir sonst die Erfahrung weg. Vince! Geh mal weg. Ich will doch sehen, wie mein Schnuckiputzi kämpft. Okay. Scheinbar ziemlich langweilig. Dich habe ich dann nur gewartet. Entschuldigung, Schnuckiputzi. Oh mein Gott! Irgendjemand konnte Magie. Irgendein Viech konnte ziemlich gute Magie. Oder das war der Inquisitor. Das ist gar keine wahre Liebe. Soll ich jetzt mit runter oder soll ich Eldrick Bescheid sagen, dass ich noch nicht bereit bin? Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, was Eldrick wollte. Aber wie soll ich nachlesen, wenn ich vor der Tür stehe? Hier? Warte kurz. Habe ich nicht? Habe ich so lange nicht gespeichert? Okay, dann mache ich jetzt einen Cut. Hole mir diesen Kack da unten nochmal. Und dann gehen wir mal zu Eldrick. Einfach nur, um nochmal zu gucken, was er sagt. Ich habe keine Ahnung. Bis dann. Guten Morgen! So, warum ich wieder hier bin. Seht ihr? Ich habe mir alles eingesammelt. Oh, da oben muss ich hin. Da hinten ist mein Süßer. So. Und ich habe mir ausgesinnt, was gespoilert. Ich wollte nur gucken, ob ich mit Eldrick... Ich habe mit ihm gesprochen, aber nichts gesagt. Ich habe gesagt, muss ich mit ihm sprechen? Wollte ich nachgucken. Und dann wurde mir was gesagt. Nämlich, dass... Hier was ist, was ich eventuell haben möchte. Und ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich da hinkommen soll. Und ich versuche mal... Illusion. So. In der Schatztruhe soll was sein. Wo läufst du denn hin? Wieso kann ich F9 nicht drücken? Seltsam, seltsam. Ja, auf jeden Fall werden sie nicht abgelenkt von weiblichen Tänzerinnen. Ach, Mann, no. Ich mag das nicht, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich könnte Eile benutzen. Aber andere können mir doch auch nichts tun, wenn ich eine... Na, ich kann ja probieren, sie umzubringen, mein Gott. Was soll ich? Vielleicht schaffe ich sie, erwartet. Erst so. Und dann... Einmal Schutz. Äh, noch einen trinken schnell. Und... Einmal Berserker. Wo ist Berserker, oh mein Gott! Da. Und jetzt. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich habe es geschafft. Mein Herz, mein Herz. Ich bin jetzt überlegen, ob ich da noch schnell hochlaufen soll, während der Schutz da ist. Und meine Stärke und so. Aber das schaffe ich wohl nicht mehr. Für mich sind da oben drei. Das ist auch egal. Puh. Ja. Hat sich doch gelohnt, hoffentlich. Weil hier soll was drin sein. Na. Natürlich ist es verschlossen. Ah! Was mache ich denn? Ja, ist egal. Ah, ich habe genug die Triche. So, und nämlich hier haben wir ein Amulett der Macht, Geschicklichkeit und Stärke. Das ist Bullshit. Hier. Äh, abgebrochen noch zwei Händer. Uralte Waffe. Yes! Schwer-Spitze habe ich nämlich schon. Yippie! Das habe ich nämlich gelesen, das hier oben. Das sein soll. Und dann werden wir uns jetzt schön... Hab ich abgespeichert. Nein, so. Ich möchte natürlich... Ich möchte natürlich... Scheinbar geht alles in Ordnung. Wenn ihr Ärger wollt, kommt her. Scheinbar nicht. Ähm... Obsidian habe ich nicht nachgelesen oder sowas. Das mache ich dann später bei den Zweihänden. Ach, du... Äh... Äh... Du gehst bitte weg, danke. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Und jetzt muss ich da ganz schnell hin. Ah. Das ist eigentlich vollkommen egal, oder? Man muss eh immer... Denenene. Wie viel Erfahrung bekomme ich? Gute Arbeit. Juhu. Seelentrinker. Gucken wir mal. Äh... Seelentrinker. Ein uraltes Schwert aus längst vergangenen Zeiten. Hat 75. Yay. Sehr gut. Wir kommen also von 60 auf 66. Seelentrinker. Die Mogen trinkt auf Seelenfrist. Und dann haben wir Seelentrinker. Okay. Juhu. 75. Hat sich doch gelohnt. Vielleicht haben wir jetzt alles ein bisschen besser. Und deshalb die Subsidien... Das muss ein Zweihändler sein. Das bringt das nichts. Wenn man wenigstens was dazu tun könnte. Also es irgendwie noch aufwerten. Aber... Mach's besser. Mach's besser. Okay. Ähm. Aber das kann man nicht. Na, seid ihr noch sauer? Du, das ist gerade ganz schlecht. Nö, scheinbar nicht. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Okay. Alle wieder in Ordnung. War halt nur irgendwas anderes. Ich hole mir mal ein bisschen noch, ähm, für den nächsten jetzt. Brauche ich aber scheinbar nicht. Hier. Brauche ich mir 10. Ach, guckt mal. Jetzt kann man die Rezeptur sogar kaufen. Warum? Habe ich die schon? Lebensenergie dauerhaft erhöhen. Hä? Habe ich die verpasst oder so? Warum habe ich die dann gefunden? Aber auch eine Heldenkrone. Also so gesehen. Nee. Nee, 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 nee. Obwohl gerade ich bräuchte das, ne? So, Warnkopf handeln. Aber ich möchte lieber meine Heldenkronen behalten für die hier. Für die Rezeptur der Stärke. Wenn ich alle Gegner fertig machen kann. So, okay. Das ist das gewesen. Wir speichern einmal ab. Ähm, sonst war hier in der Stadt, glaube ich, nichts weiter. Ich kann ja mal gucken, ob er mir noch was beibringen kann. Nein. Okay. Warum eigentlich nicht? Ich habe doch noch nicht voll. Das habe ich nur durch einen einen Ring. Glaube ich. Aber dass man echt erst einen Helm finden konnte. Das ist ein bisschen traurig. Ein bisschen. Ein bisschen traurig. Bisschen ist das schon. Ähm, wir haben eine Vulkanfestung. Dann wollen wir mal. Ach so, oh Mist. Wir müssen ja nochmal gegen die kämpfen. Vielleicht überlebt ja jetzt einer mehr. Aber die sterben da unten sowieso. Denke ich mal, wie die Ordenskrieger. Hallo. Warum soll ich dir folgen? Kann ich mich nicht hier hinstellen wie so ein geiler Macker? Ich meine. Oh, warte. Nein. Ich wollte was essen noch. Schnell. Ach, fuck. Jetzt werden wir meinen Seelentrinker. Nicht Seelenfresser, Seelentrinker. Ich werde mal gucken. Oh, noch eine Sequenz. Oh, geil. Ja, ja. Ich werde mal gucken. Na, komm. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, da ist noch was. Ich habe ihn getötet. Ich habe einen Ordenskrieger getötet. Es tut mir so leid. Nichts. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, fuck. Oh, nein. Ich habe, weil ich ihn umgehauen habe, ist er wieder aufgewacht. Verfluchte Echsenbrunnen. Was zu? Yay. Alle leben. Endlich. Was? Oh, sag mal. Alle leben. Dieses eine Mal leben alle. Wir folgen den Inquisitor. Na, wer dieses Zitat jetzt zuordnen kann, hat einen Pluspunkt bei mir. Ja, ja. Ich will eigentlich was ganz anderes. Oh, die haben ja gar nichts. Wieso haben die vier Gold? Nichts und... Macht überhaupt keinen Sinn. Haufen. Ja, ja, ja. Hexenschwert. Alles verkaufen später. Hexenschwert. Oh, yeah. Abspeichern. Oh, erstmal einmal trinken. Und wenn wir unten angekommen sind, macht ihr das. Ne? Würde ich mal sagen. Was war da? Der... Nu. Was hast du... Wir... Hier. Bing. Bing, 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 bing. Ja, mach hin. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut. Mir nach. Warum fragst du überhaupt, wenn... Naja, okay. Ist egal. Juhu. Ich bin einer von euch. Naja, nicht wirklich. Aber ein bisschen. Juhu. Ähm. Braucht jemand Licht oder so? Soll ich mich schützen? Wäre vielleicht ganz gut. Aber ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder Magie aufzubrauchen. Juhu. Okay. Das schaffen wir jetzt. Auf dich habe ich ja nur gewartet. Oh, mein Gott. Ah, hilf doch. Warte, warte, warte. Kann mir mal jemand helfen? Ich wollte... Ich wollte... Ich musste gucken, wo... Ah. Ich habe auf F8 gedrückt. Das war knapp. Das war knapp. Ich habe... Ich sollte vielleicht mal abspeichern. Äh. Oder einen anderen Namen. Ja, komm. Hoffentlich habe ich... Ich habe F8 gedrückt. Ich Idiot. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Äh. Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, Glück gehabt. Alle tot noch. Äh, wir speichern mal so ab. Ah. Vielleicht sollte ich die anderen. Da. Warte mal machen. Grüne Tür. Ja. Da habe ich überschrieben werden. So. Fortsetzen. Jetzt komm. Was war... Was war das? Bla, 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 bla. Der Tempel. Das ist der ganze... Das ist das ganze Kapitel. Nur der Tempel. Das wäre langweilig. So. Ich bin bereit. Ja, ja. Lauft ihr mal vor, Jungs. Egal. Dann sterbt ihr halt. Aber auf jeden Fall. Du blöder Kommandant. Ich bleibe genau hinter dir. Ich muss nicht langsamer laufen. Nur weil ich hinter dir bin. Keine Sorge. Ich habe das Schwert nur gezückt, um dir zu helfen. Okay, ihr seid nervtötend. Ja, dräng mich noch ab. Ja, wirklich? Ja, ist ja gut jetzt. Ah, Hilfe, Hilfe. Hallo. Nein, 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 nein. Nein. Wo sind denn die anderen? Ich dachte, das wäre ein Helfer, der mir hilft. Und plötzlich kommen von links noch so Gegner. Okay, ich darf nicht mal alleine. Die anderen müssen auch. Aber ich kann die anderen nicht mal heilen. Ich glaube, ich glaube, ich passe nicht genug auf bei Spielen, habe ich das Gefühl. Ich bin auch mal so ein bisschen sauer, dass ich die ganzen Sachen, diesen großen Diamanten und so noch gar nicht gebrauchen kann. Vielleicht ja im nächsten Kapitel. Dann hätten sie immer machen können, dass man Sachen findet, also Rezepte. Bla, 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 bla. Ja, oh, dritter Kapitel. Da hätte ich gedacht, dass man Rezepte findet. Und das wäre dann ein bisschen besser. Da kann man auch mehr verstecken. Ganz einfach. F8. So. Los geht's. Juhu. Juppie. Und eben war ich so gut eigentlich. Was ist der Magier im Hintergrund, der nervt. Ich muss mich mit den anderen ein bisschen hinten bleiben. Aber ich will eigentlich mit meinem... Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich wollte nur ganz vorne laufen. Weil ich das hier machen wollte. Okay. War klar. War klar. Nee, war klar. Ich glaube, ich sollte alle hinlaufen lassen in das Verderben. Und ich schieße von oben. Ich bin zu schlecht im Nahkampf. Und ich probiere die ganze Zeit den Aufladen. Und das ist mein Verderben. Das wäre auch immer im Real Life mein Verderben, glaube ich. Und ich habe jemanden gehauen. Ich wollte mir ja sprechen. Kato, es tut mir so leid. Das ist mir oft bei Spielen passiert, dass ich eigentlich nur sprechen wollte und dann zu. Und dann kriege ich Ärger. Und das nervt mich ein bisschen. Ich schieße jetzt. Wuhu. Okay. Schaut, was ich kann. Ich schieße jetzt. Nicht auf Ash. Ich rede mit keinem von euch. Müsste ich nicht eigentlich irgendwie reden. Ah nee, ein bisschen ruhig sein ist auch gut. Ich helfe dir. Ich helfe dir. So, weg mit dem. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu doof jetzt. Okay, 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 okay. Na, tue, komm. Ich hasse diese Drecksviecher. Ich hasse die Viecher. Das Vieh steht nicht mehr auf. Ah. Oh, da zaubert jemand. Ja, jetzt erst mal immer froh sein, dass wir es geschafft haben. Kommandant. Die Echsen sind auch vor der Mauer, du Idiot. Oh, ein Horn. Das ich überhaupt nicht brauche. Echsenschwert. Haben die auch mal was anderes? Wer hat die überhaupt gemacht, die Echsen? Hat er denn eine Kartoffe? Oh nein, der Ordenskrieger ist tot. Ich denke mal, das ist wie bei Serien oder sowas. Ich glaube, die hier können nicht sterben, die Hauptcharaktere. Naja, ich speichere mal ab.